So, es ist Samstag, der 3. August, glaube ich. Ich bin vor zwei Stunden von der Isle of Man aufgebrochen und möchte eigentlich nach Liverpool. Das ist aber ein bisschen schwierig, weil das nach Liverpool über 70 Seemeilen sind und das schafft man nicht in einer Tide. Und jetzt muss ich mal gucken, irgendwie steuere ich da Holy Island oder wie auch immer das heißt oder Holy Head an und versucht, da irgendwie hinzukommen. Jetzt bin ich hier gerade dabei, meine Zähne zu putzen beim Segeln. Es ist alles ein bisschen schief hier. So sieht das aus, wie ein So wie ich es bin. So. So. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020